Platon Eutyphron, die Personen, Sokrates Eutyphron, Ort, vor der Königshalle am Marktplatz in Athen. 1. Einleitung, Ankläger und Angeklagter, 2a, 1.1, die Anklage gegen Sokrates. Eutyphron Was gibt es Neues, O Sokrates? Warum bist du nicht im Lykaion wie sonst? Warum hältst du dich heute bei der Königshalle auf? 1. Hast du etwa auch einen Prozess vor dem Archon Basileus, wie ich? 2. Sokrates Nun, Prozess nennen die Athener das nicht, O Eutyphron, sondern Staatsklage. Was sagst du da? Man hat gegen dich eine Staatsklage eingereicht? Denn dass du einen anderen anklagst, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Nein, natürlich nicht. Also ein anderer gegen dich? So ist es. Wer ist es denn? Ich kenne den Menschen selbst nicht richtig, O Eutyphron. Er scheint mir noch ziemlich jung zu sein und unbekannt. Man nennt ihn, glaube ich, Meletos. Er stammt aus dem Stadtviertel Pitos. Vielleicht erinnerst du dich an einen Pitia Meletos mit langen Haaren, schwachem Bart und einer Habichtsnase. Ich kann mich nicht erinnern, O Sokrates, aber was für eine Klage hat er denn gegen dich eingereicht? Was für eine? Und das ist das, was für ein Jahr. Und das ist das, was für eine Klage, wenn er sich mitgebracht hat. Und das ist das, was für eine Klage ist. 3a. Später will er auch für die Älteren sorgen, und so wird ihm die Stadt viele große Wohltaten zu verdanken haben, wie es bei einem Manne zu erwarten ist, der seine Sache auf solche Weise beginnt. 4. Meinetwegen soll es so sein, o Sokrates, aber ich fürchte, das Gegenteil könnte eintreten, denn mir scheint, er will so recht den Staat von Grund auf schädigen, wenn er versucht, dir ein Unrecht anzuhängen. Wie und wo sollst du die Jugend denn verderben? 5. Es ist merkwürdig, mein Bester, wenn man es so hört. Er behauptet nämlich, ich würde Götter erdichten, und weil ich durch das Erfinden neuer Götter an die Alten nicht glaube, darum hat er die Klage gegen mich eingereicht, wie er sagt. 6. Ich verstehe, o Sokrates, offenbar, weil du behauptest, dass du immer wieder deine göttliche Stimme hörst. Deshalb hat er gegen dich als einen Neurer in Glaubensdingen die Klage eingereicht. 7. In der offenkundigen Absicht, dich zu verleumden, geht er vor Gericht, weil er weiß, dass man es in solchen Dingen bei der Menge mit Verleumdungen leicht hat. 8. Lachen sie doch auch über mich, wie über einen Verrückten, wenn ich in der Volksversammlung etwas von göttlichen Dingen rede und ihnen die Zukunft voraussage, und doch ist alles eingetroffen, was ich gesagt habe. 9. Gleichwohl hassen sie alle Menschen unserer Acht. Man darf sich aber nicht um sie kümmern, sondern muss unbeirrt seinen Weg fortsetzen. 10. Mein lieber Eutyphron, verlacht zu werden, das hat wohl nicht viel zu bedeuten. Ich glaube, es ist den Athenern ziemlich gleichgültig, ob sie jemanden für einen besonderen Menschen halten sollen oder nicht, wenn er seine Weisheit nur nicht noch lehren will. 10. Wenn sie glauben, dass er andere zu sich bekehren will, dann werden sie böse. Entweder geschieht es, wie du meinst, aus Missgunst oder aus einem anderen Grund. 11. Wie sie es in dieser Hinsicht mit mir halten, will ich gar nicht zu erfahren suchen. 11. Vermutlich machst du dich eben selten und willst mit deiner Weisheit nicht den Lehrer spielen. 12. Ich aber fürchte, durch meine Menschenliebe bei ihnen den Eindruck zu erwecken, ich wollte alles, was ich weiß, jedem ausführlich erzählen, und das nicht nur unentgeltlich, sondern so, dass ich gerne noch etwas hinzugebe, wenn mir nur einer zuhören will. 13. Wenn sie mich nun, wie ich eben meinte, bloß verspotten wollten, so wie du sagst, dass sie es mit dir treiben, dann wäre es mir ganz recht, wenn sie sich unter Lachen und Scherzen im Gericht aufhalten. 14. Machen sie aber ernst, dann kann wohl niemand wissen, wie es enden wird, außer ihr Seher. 15. Aber vielleicht wird es gar nichts zu bedeuten haben, o Sokrates, du wirst deinen Prozess nach Wunsch ausfechten, wie ich hoffentlich den meinigen. 15. 1. Zwei Eutyphrons Klage gegen seinen Vater Was hast du denn für einen Rechtsstreit, o Eutyphron? Bist du ein Angeklagter oder ein Ankläger? 15. Ich klage an. Und wen? 16. 4a Jemanden, den anzuklagen man für Wahnsinn halten wird. 16. Wieso? Kann der Verfolgte etwa fliegen? 17. Weit gefehlt. Er ist ja schon ziemlich alt. 17. Wer ist es denn? 18. Mein Vater. 18. Dein Vater? Mein Bester? Ja, gewiss. 19. Was hast du ihm denn vorzuwerfen? Worauf geht die Klage? 19. Auf Totschlag, o Sokrates. 20. Bei Herakles. Die große Menge weiß kaum, wie man da richtig vorgeht, o Eutyphron. 21. In solchem Fall richtig zu handeln ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. 21. Man muss es in der Weisheit schon weit gebracht haben. 21. Ja, bei Zeus, wirklich sehr weit, o Sokrates. 21. Es ist doch sicher ein Verwandter, der durch deinen Vater den Tod gefunden hat. 22. Das ist wohl selbstverständlich, denn für einen Fremden würdest du ihn doch nicht wegen Totschlags anklagen. 22. Lächerlich ist es, o Sokrates, wenn du meinst, es mache einen Unterschied, ob der Getötete ein Fremder oder ein Verwandter ist. 23. Muss man nicht einzig darauf achten, ob ihn der Täter zu Recht umgebracht hat oder nicht? 24. Muss man ihn nicht, wenn es zu Recht geschehen ist, laufen lassen, andernfalls aber verfolgen, auch wenn er dein Taus- oder Tischgenosse ist? 25. Denn die Befleckung ist gleich groß, wenn du mit einem solchen Menschen als Mitwisser zusammenlebst, ohne dass du dich selber und damit ihn durch eine gerichtliche Klage reinigst. 26. Nun, der Getötete war einer meiner Knechte. Als wir auf Naxos noch Land bebauten, arbeitete er dort als Tagelöhner bei uns. 27. Als er betrunken war, geriet er in Wut über einen unserer Sklaven und erschlug ihn. 28. Da band ihn mein Vatern Händen und Füßen fest, warf ihn in eine Grube und schickte jemanden hierher nach Athen, um bei einem Anwalt der heiligen Rechte zu erfahren, was er tun sollte. 29. In der Zwischenzeit ließ er den Gefangenen einfach liegen. Er kümmerte sich nicht um ihn und sagte, er sei doch ein Totschläger, es mache nichts, wenn er auch umkomme. 30. So passierte es denn auch. Denn vor Hunger und Kälte und auch wegen seiner Fesseln stirbt er, bevor der Bote vom Anwalt zurückkommt. 31. Eben das empört nun meinen Vater und die übrigen Verwandten, dass ich ihn wegen dieses Totschlägers, des Totschlags, anklage. 31. Sie alle behaupten, er habe ihn ja gar nicht umgebracht, und selbst wenn er ihn umgebracht hätte, brauche man sich wegen eines solchen Menschen keine Gedanken zu machen, da der Verstorbene ja selbst ein Totschläger gewesen sei. 31. Sie verstehen sich eben schlecht auf göttliches Recht, o Sokrates, und wie es sich mit fromm und unfromm verhält. 31. Eutyphrons Erfahrung in göttlichen Dingen Aber beim Zeus, o du mein Eutyphron, glaubst du dich denn so genau auf das Göttliche, auf das Fromme und Unfromme zu verstehen, dass du bei diesem Gang der Geschichte, wie du ihn beschrieben hast, nicht fürchtest, du könntest selber etwa auch, deinerseits wieder, eine unfromme Tat begehen, wenn du deinen Vater vor Gericht ziehst? 32. Dann wäre ich ja gar nichts wert, o Sokrates, und Eutyphron würde sich durch nichts von den gewöhnlichen Menschen unterscheiden, wenn ich mich nicht ganz genau auf alle derartigen Dinge verstünde. 35. So ist es denn für mich, bewundernswerte Eutyphron, das Beste, ich werde ein Schüler von dir. Damit fordere ich noch vor meinem Prozess den Melethos zu einem Vergleich auf. 35. Ich sage einfach, ich hätte es mir auch früher schon sehr angelegen sein lassen, über die göttlichen Dinge Bescheid zu wissen, wenn er aber behauptet, ich würde unbesonnen handeln, da ich in Dingen des Glaubens Neuerungen einführe, so sage ich, dass ich dein Schüler geworden bin. 36. Wenn auch du der Ansicht bist, Melethos, würde ich fortfahren, dass Eutyphron in diesen Dingen ein Weiser ist, dann nimm an, dass auch ich richtige Ansichten habe, und ziehe nicht mich vor Gericht, andernfalls bringe deine Klage lieber gegen ihn, den Lehrer, vor, als gegen mich, denn er verdirbt die alten Leute, mich und seinen Vater, mich durch seine Lehre, den anderen durch Tadel und Strafe. 37. Wenn er mir nun nicht glaubt und nicht von seinem Prozess ablässt und statt meiner nicht dich anklagt, so werde ich vor Gericht dasselbe sagen, was ich ihm zum Vergleich vorgeschlagen habe. 38. Ja, beim Zeus, o Sokrates, wollte er es wagen, gegen mich eine Klage einzureichen, dann würde ich seine schwache Stelle schon ausfindig machen, glaube ich. Es würde sich dann vor Gericht viel mehr um ihn als um mich handeln. 2. Was ist Frömmigkeit 2.1 Erste Definition Was ich gerade tue Gerade weil ich das weiß, mein lieber Freund, will ich dein Schüler werden. Ich sehe, dass niemand, auch Melethos nicht, sich einbildet, er sei über dich im Klaren. Mich dagegen hat er mühelos so scharf durchschaut, dass er mich wegen Gottlosigkeit anklagen konnte. Nun aber, beim Zeus, sage mir, was du gerade so genau zu wissen vorgegeben hast. Was versteht man nach deiner Ansicht unter Gottesfurcht und Gottlosigkeit, also unter Fromm und Unfromm? Was heißt das beim Totschlag oder auch bei allem anderen? Bleibt nicht bei jedem Handeln das Fromme sich selbst gleich, wie auch das Unfromme zwar allem Frommen entgegen, sich selbst aber gleich ist? Ist nicht alles, was unfromm sein soll, in seinem Unfrommsein gewissermaßen von einer Gestalt? Genau so ist es, o Sokrates. So sage denn, was ist nach deiner Meinung das Fromme und das Unfromme? Nun, ich behaupte, Fromm ist das, was ich gerade tue, das heißt, den Übeltäter verfolgen. Sei es wegen Totschlages, wegen Tempelraubs oder was er sonst gesündigt haben mag, auch, wenn es der Vater oder die Mutter oder wer sonst immer sein sollte. Ihn nicht zu verfolgen, das ist unfromm. Denn sieh, o Sokrates, welch starken Beweis ich dir für die Richtigkeit dieser allgemeinen Anschauung anführen werde. Auch anderen habe ich schon gesagt, dass es richtig sei. Dem Gottlosen dürfe man nichts hingehen lassen, wer immer es sei. Denn sogar die Menschen, die Zeus für den Besten und den Gerechtesten unter den Göttern halten, geben zu, dass er seinen eigenen Vater in Fesseln gelegt hat, weil dieser ohne Grund seine Söhne verschluckt hat.